Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil. Ja, im letzten Video hatten wir gesehen, wie wir letztendlich den Wochentag ausgeben können. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit der Zeit an. Also auch hier wieder eine Funktion, deswegen dev. Und sagen hier einfach mal die Zeit, also Zeit. So, auch hier wieder keine Argumente, aber die Klammern sind notwendig für die Funktion. Und sagen jetzt hier für die Zeit einfach die Zeit selber, also ich nenne das Ganze einfach mal t. t ist die Zeit, ist gleich, und dann sagen wir jetzt wieder über das DateTime-Modul, also DateTime.DateTime.Now. Und das gibt uns jetzt schon mal die aktuelle Zeit zurück, aber da wir die noch ein bisschen formatieren möchten, werde ich hier die Funktion StringFormatTime verwenden, also str, f und dann time. Und hier sage ich jetzt, ich möchte das Ganze folgendermaßen formatieren, also %i, Doppelpunkt, %m, Doppelpunkt, und dann %s. Diese verschiedenen Formate können online nachgeschaut werden, wenn ihr nach Daytime, nach dem Modul sucht, und dann die Formatierungsoptionen. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich verwenden möchte. Und auch hier vielleicht mal ausdrucken, also print, in dem Fall t. Ich führe das mal aus. Und jetzt schauen wir uns mal Zeit an, also Zeit. Und jetzt sehen wir hier, das ist die aktuelle Uhrzeit. Also in dem Fall ist es jetzt 41, aber ihr seht, entsprechend so funktioniert das. Also das geht schon mal. Und jetzt quasi auch hier dasselbe Prinzip wie hier oben. Also wir möchten einfach das Ganze jetzt ausgeben. Und das könnten wir jetzt wieder über try, accept machen. Also ich könnte jetzt hier wieder sagen, quasi try. Und dann wieder sprechen, sprechen. Und dann eben auch hier wieder ein f davor. Und sage dann einfach die Uhrzeit selber. Da könnte ich jetzt direkt sagen, naja gut, dann nehme ich hier einfach eben t mit rein. Und sage einfach Uhr. So. Und das war es dann auch. Schließt das Ganze hier noch, das Anführungszeichen. Und dann auch wieder ein accept. Accept hier. Und dann sage ich einfach pass. So. Okay. Damit habe ich das. Führe das mal aus. Und dann führe ich eben die Zeit hier nochmal aus. 11 Uhr 41 Minuten und 55 Sekunden. Ja. Also. Das ist letztendlich die Ausgabe. Auch hier, wie gesagt, kann man das vielleicht noch ein bisschen schauen. Vielleicht müsste ich meinen Sprachassistenten doch ein bisschen schneller sprechen lassen. Oder wie gesagt, einen anderen ausprobieren. Aber so auf jeden Fall funktioniert das soweit schon mal ganz gut. Die zusätzliche Funktion, die wir vielleicht hier noch definieren können in dem Video, wäre einfach der Start. Also die Startfunktion. Also hier wieder def und dann einfach Start. Start. Auch hier, selbes Prinzip. Zwei Klammern. Und sagen für unseren Start einfach Sprechen. Und dann sage ich hier einfach nur, zum Beispiel, in Anführungszeichen. Hi. Ich bin. Und jetzt können wir hier einen Namen vergeben. Ich bin, weiß nicht. Nehmen wir Namen. Ich bin Lisa, beispielsweise, weil das jetzt in der Weiblichstimme ist. und deine persönliche Sprachassistentin. Sowas zum Beispiel. So. Das ist das hier. Und das soll ausgeführt werden, wenn unser Sprachassistent startet. So, ich führe das mal aus und teste das auch mal schnell. Also, jetzt hier einfach Start. Hi, ich bin Lisa, deine persönliche Sprachassistentin. Also, ihr seht oder habt es zumindest hoffentlich gehört, das Ganze funktioniert. Und das ist eine Funktion, die wir eben am Anfang aufrufen möchten, wenn entsprechend der Assistent selber gestartet wird. Gut. Und jetzt im nächsten Video bauen wir unsere Funktion, also etwas umfangreicher wird das Ganze vielleicht, die wir entsprechend dann verwenden für unseren Sprachassistenten selber. Gut. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Ansonsten, hoffentlich seid ihr soweit bisher klargekommen und so weit habt ihr es verstanden und auch mal selbst ausprobiert. Falls nicht, dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.